Vor jeder Reise existiert ein Vorhaben, diese in die Tat umzusetzen. Ein Plan, nach dem wir uns richten und an den wir uns halten. Sei es ein Tagesausflug oder ein mehrmonatiger Trip in ein anderes Land. Ohne etwas hierfür zu planen, wären wir ganz schön aufgeschmissen. Und was ist mit einer Reise zu den Sternen? Jenen Gebilden am Nachthimmel, zu denen die Menschen schon seit Äonen aufblicken? Diese scheinen am Sternenhimmel wie festgefroren zu sein. Für uns Menschen mit unseren kurzen Lebensspannen wirken sie ewig, doch sind auch sie in Bewegung. Sie umkreisen wie unsere Sonne das galaktische Zentrum der Milchstraße und sind so weit von uns entfernt, dass wir zu Lebzeiten kaum eine Veränderung an ihnen bemerken. Zu diesen Sternen wollen wir heute mit interstellaren Antrieben reisen. Welche Triebwerke gibt es? Welche Antriebe können wir getrost als reine Science Fiction? Welche als durchaus reale Möglichkeiten bezeichnen? Wir wollen heute erkunden, welche Wege es gibt, Menschen zu den Sternen zu entsenden. Dabei werden wir nicht nur auf das Fusionstriebwerk zu sprechen kommen, sondern auch den Warp-Antrieb oder einen Gauss-Beschleuniger anschauen. In diesem Video haben wir übrigens auch noch zwei Gastbeiträge. Mo vom größten deutschsprachigen Raumfahrtkanal Sinkrechtsstarter und Christian vom sehr interessanten Kanal Video Space News stellen euch zwei weitere interstellare Antriebe vor, die hier noch nicht verraten sein sollen. Ohne weitere Umschweife legen wir nun los und schauen uns kurz an, wie lange wir mit herkömmlichen, bereits existierenden Antrieben zu den Sternen brauchen würden. Nicht nur Science Fiction Autoren reden davon, auch ernsthafte Wissenschaftler ziehen es in Betracht, eine Reise zu den Sternen. Bevor wir aber zu den konkreten Möglichkeiten einer interstellaren Reise gelangen, wollen wir uns anschauen, wie lange eine Reise mit heutiger Technologie zu den Sternen dauern würde. Dafür wollen wir diverse Sonden und ihre Spitzengeschwindigkeiten analysieren. Dann werden wir mit diesen Gefährten zu zwei ausgewählten Zielen in der Milchstraße reisen. Die zwei Sonden unserer Wahl sind einmal Voyager 1 und die Parker Solar Probe. Ersterer hat bereits das Sonnensystem verlassen, bei der letzteren Sonden handelt es sich um das schnellste, jemals von Menschenhand erbaute Objekt. Voyager 1 ist eine Raumsonde, die am 5. September 1977 ins All gestartet ist. Anfangs sollte die Sonde nur das Sonnensystem untersuchen und die Planeten besuchen. Nachdem man jedoch sah, dass die Sonde ihre Mission erfolgsversprechend durchführte als geplant, schickte man sie auf eine Reise ohne Wiederkehr. Sie sollte das Sonnensystem verlassen und als erstes von Menschenhand gebautes Objekt in den interstellaren Raum vordringen. Am 31. Juli 2022 erreichte die Sonde eine Distanz von etwa 156,61 astronomischen Einheiten zur Erde. Es entspricht einer Entfernung von 23,429 Milliarden Kilometer und ist mehrfach weiter entfernt als die meisten bekannten Planeten. Der Zwergplanet Pluto ist zum Beispiel nur in Anführungszeichen 5,96 Milliarden Kilometer im Durchschnitt von der Sonne entfernt. Voyager ist also ungefähr viermal so weit von der Erde entfernt wie Pluto von der Sonne. Nach ihrem Start im Herbst 1977 erreichte Voyager 1 im Dezember 1977 den Asteroidengürtel, den sie erst zehn Monate später wieder verließ. Im März 1979 gelangte sie zum Jupiter und verließ das Jovianische System im April 1979, nur um eineinhalb Jahre später zum Saturn zu gelangen. Dort flog die Sonde am Ringplaneten vorbei und schoss zahlreiche, atemberaubende Fotos der Saturnischen Monde. Die Sonde befindet sich seit über 44 Jahren im Weltall und ist die am längsten laufende Sondenmission der Menschheit. Keine andere Sonde ist so lange im Dienst wie Voyager. Sie steht für Durchhaltevermögen und das Entdecken neuer Welten. Da sie sich aktuell von uns entfernt, wird sie durch die Gravitation der Sonne langsam gebremst. Nach den Begegnungen mit den zwei Gasplaneten jedoch, die die Sonde als Gelegenheit für einen Swingby nutzte, um zu beschleunigen, erreichte sie eine Höchstgeschwindigkeit von 61.500 Kilometer pro Stunde. Das entspricht ca. 17 Kilometer pro Sekunde. Diese Geschwindigkeit wollen wir als Anhaltspunkt für unsere Reise zu den Sternen nehmen. Unser zweites Reisegefährt wird die Parker Solar Probe sein. Diese wurde zusammen von der ESA und der NASA entwickelt. Zusammen mit dem Solar Orbiter soll sie die Sonne erforschen und unserem Heimatstern neue Daten entlocken. Informationen und Wissen, die bisher so noch nicht ans Tageslicht kamen und uns viel über Sterne im Allgemeinen verraten können. Doch hat zumindest die Parker Solar Probe eine Besonderheit. Sie wird zum Zeitpunkt ihres Fluges das schnellste, jemals von Menschenhand gebaute Objekt sein und Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 201 Kilometern in der Sekunde erreichen. Das entspricht 0,066% der Lichtgeschwindigkeit. Mit dieser hohen Geschwindigkeit würde Parker Solar Probe Voyager 1 oder 2 binnen weniger Jahre aufholen. Auch würde eine Reise von der Erde zum Mond mit dieser Geschwindigkeit nur 33 Minuten dauern. Doch wie gelangt die Parker Solar Probe auf diese hohe Geschwindigkeit? Sie wird sieben Schwungmanöver um die Venus ausführen. Diese steigern durch die Hilfe der Gravitation des Planeten die Reisegeschwindigkeit auf die erwähnten 200 Kilometer pro Sekunde. Diese Zahl wollen wir auch nehmen, um zu zwei ausgewählten Zielen in unserer Galaxis zu gelangen. Ein sehr lohnenswertes Reiseziel scheint Kepler 1649 c zu sein. Er gilt als einer der erdeinlichsten uns bekannten Planeten. Er ist ca. 300 Lichtjahre von der Erde entfernt, hat nur wenig mehr Masse als die Erde und erhält 75% des Sonnenlichtes von seinem Stern, welches die Erde von der Sonne bekommt. Damit liegt er in der habitablen Zone seines Sterns und könnte sogar Leben beherbergen. Eine Reise zu Kepler 1649 c dauert ganz schön lange. Mit der Parker Solar Probe würden wir zu diesem Planeten über 294.000 Jahre brauchen. Mit der Sonder Voyager 2, die aktuell schon in einem interstellaren Raum fliegt, würde diese Reise sogar 5,6 Millionen Jahre dauern. Doch wäre die Distanz von 300 Lichtjahren ein reines Zuckerschlecken, würden wir sie mit unserem nächsten Reiseziel vergleichen, Sagittarius A-Stern, dem super massereichen Schwarzen Loch in der Milchstraße. Dieses ist mit über 4 Millionen Sonnen eines der Masseärmeren schwarzen Löcher am Herzen einer Galaxie. Andere Vertreter seiner Zunft wiegen sogar mehrere hunderte Millionen Sonnenmassen, wie das super massereiche Schwarze Loch in der Andromeda-Galaxie, welches mit ca. 100 Millionen Sonnenmassen etwa 25 Mal so massereich ist wie das von der Milchstraße. Sagittarius A-Stern ist ca. 25.640 Lichtjahre von der Erde entfernt. Eine Reise dorthin wäre brandgefährlich, da es in seiner Umgebung eine Menge harter, tödlicher Strahlung geben dürfte. Stellen wir uns deshalb einfach vor, unsere Reisegefährte seien entsprechend geschützt und würden keine Strahlung zu ihrer Besatzung durchlassen. Mit Voyager würden wir etwa eine halbe Milliarde Jahre brauchen, um dort hinzukommen. Dabei handelt es sich um eine Zeitspanne, in der das höherzellige Leben auf der Erde vermutlich sterben wird, weil die Sonne ihren Energieoutput bis dahin um mehrere Prozent erhöht hat. Selbst mit der Parker Solar Probe wären wir immer noch 26 Millionen Jahre unterwegs. Eine Zeitspanne, in der die Kontinente der Erde sich stark verschieben und wir die biologische Landschaft unseres Planeten vermutlich nicht mehr wiedererkennen würden. Doch selbst zu näheren Zielen wie Proxima Centauri würde eine Reise mehrere zehntausende Jahre dauern. Wollen wir wirklich die Sterne in Persona erkunden, müssen wir uns zwangsläufig Alternativen suchen. Eine solche Alternative ist die Reise mit einem Fusionsantrieb. Doch was dürfen wir von einer solchen Technologie erwarten? Wenn wir an Kernfusion denken, hält uns zuallererst das Innere der Sonne ein, wo Wasserstoff zu Helium fusioniert wird und dabei große Energiemengen entstehen. Die Menschen versuchen schon seit den 1960er Jahren Kernfusion energiewirtschaftlich brauchbar zu machen. Und wenn wir von dieser potenziellen Energiegewinnung für die Raumfahrt sprechen, müssen wir uns erst einmal die Grundlagen anschauen. Ein Fusionsantrieb wäre, wie die meisten Antriebe, an einer Rakete befestigt und würde einen Impuls liefern. Das ist ein Kraftstoß, der die Rakete beschleunigen kann. Dabei müssen wir allgemein vom sogenannten spezifischen Impuls eines Raketentriebwerks sprechen. Er ist eine bestimmte Größe eines Antriebs oder eines Treibstoffs und abhängig von Größe des Triebwerks oder der Menge des Treibstoffs. Anders ausgedrückt, er ist die Änderung des Impulses pro ausgestoßener Masse. Er ist zum Beispiel auch abhängig davon, wie lange eine Rakete einen Impuls insgesamt aufrechterhalten kann. Der Impuls ist übrigens nicht bei jedem in dieser Doku behandelten Antrieb von Belang. Die folgenden Beispiele sind alle mehr oder weniger genau, da vor allem hinsichtlich des Fusionsimpulses noch keine definitiven Werte vorliegen, da es diesen Antrieb einfach noch nicht gibt. Eine typische chemische Rakete mit einem Feststoffantrieb hat einen spezifischen Impuls von 450 Sekunden, was bedeutet, dass das Triebwerk mit seiner Festtreibstofffüllung 450 Sekunden lang angetrieben werden kann. Abhängig von der Größe des Tanks und der Tankfüllung hätte eine Rakete mit einem Fusionsantrieb einen spezifischen Impuls von 130.000 Sekunden, also die 289-fache Impulsdauer herkömmlichen Raketentreibstoffs. 130.000 Sekunden entsprechen 36 Stunden und 6 Minuten. Das ist deutlich länger als die maximalen 8 Minuten, die ein Antrieb mit herkömmlichem Festtreibstoff benötigen würde. Fusionsraketen haben noch einen weiteren Vorteil. Sie können Wasserstoff als Antriebsmaterial verwenden, also das im Universum am häufigsten vorkommende Element. So würde es ausreichen, dass man für interplanetare Flüge in der Nähe der Gasplaneten im Sonnensystem Tankstationen einrichtet, die Wasserstoff einsammeln und ihn zum Raumschiff zurückbringen. Zudem müsste man nur kleine Mengen Wasserstoff in einen Tank geben, um durchs Sonnensystem zu reisen. Fusionsenergie ist sehr effizient. Zugrunde liegender Technik ist dabei die Kernfusion, die, wie gesagt, im Kern der Sonne beobachtet werden kann. Bei der technischen Kernfusion werden jedoch Wasserstoffkerne in einer Brennkammer zur Fusion gebracht und erzeugen dadurch einen gewaltigen Rückstoß, der interplanetare Raumfahrt und die Erkundung des Sonnensystems zu einem Kinderspiel machen würde. Kernfusion ist zwar technologisch möglich und wurde bereits in den 1960er Jahren von russischen Ingenieuren in ihren Tokamak-Reaktoren eingesetzt, aber noch nicht gewinnbringend für die Energieproduktion. Aktuell wäre dann z.B. das seit 2007 im Bau befindliche Fusionskraftwerk ITER zu nennen, welches zwar noch in Konstruktion ist, von dem sich die Forscher aber große Energiemengen bei der Stromerzeugung versprechen. 2025 soll erstmals ein Wasserstoffplasma erzeugt werden und ungefähr ab 2035 soll auch Tritium verwendet werden, welches die Energieproduktion noch erhöhen könnte. Doch bis zur kommerziellen Nutzung von Fusion ist es noch ein weiter Weg, geschweige denn die Nutzung von Fusion in Raketentriebwerken. Deshalb wollen wir uns vorstellen, dass wir ein kleines ITER-Kraftwerk benutzen, um zu den Planeten des Sonnensystems zu fliegen. Um miteinander fusionieren zu können, muss der Wasserstoff sehr stark erhitzt werden, sodass er zu einem Plasma wird. Bei Plasma handelt es sich um ein Teilchengemisch, dessen Bestandteile teilweise geladene Teilchen, Ionen und Elektronen sind. Im Kern der Sonne ist es 15 Millionen Grad heiß. Normalerweise würde das nicht ausreichen, um Wasserstoff miteinander zu fusionieren, da die Teilchen nicht schnell genug wären. Der Sonne kommt deshalb ein unglaublich hoher Druck zu Hilfe, der in ihrem Kern herrscht. Er presst die Materie dank der vielen Erdmassen, die die Sonne besitzt, in ihrem Inneren stark zusammen, sodass diese selbst unter nur 15 Millionen Grad Celsius Kerntemperatur fusionieren können. Doch wie sieht es mit einem Fusionskraftwerk aus? Nun, da ist es leider nicht so einfach. Hier fehlt den Wasserstoffkern schlichtweg die Energie und der hohe Druck, um in ausreichender Menge verschmelzen zu können. Es wäre technologisch nahezu unmöglich, einen ähnlichen Druck auf der Erde herzustellen. Auf dem Blatt kann Wasserstoff also nicht fusionieren. Doch wie beseitigen die Ingenieure des ITER-Kraftwerks ist dieses Problem. Deshalb müssen die Forscher eine etwas andere Reaktion nutzen und vor allem viel höhere Temperaturen für die Fusion erschaffen. 100 Millionen Grad Celsius. Das Erreichen dieser Temperatur ist eigentlich kein Problem. Viel schwieriger ist es, diese in der Fusionskammer auch gleichmäßig zu halten. Denn wenn das heiße Plasma mit der Reaktorwand in Berührung kommt, kühlt es sich schlagartig ab und die Fusionsreaktion endet abrupt. Die Aufgabe der Wissenschaftler ist es also, das Plasma in der Reaktionskammer quasi schweben zu lassen. Und welche Kraft kommt dafür in Frage? Nun, Magnetismus. Da das Plasma aus positiv geladenen Atomkernen und frei umherschwebenden Elektronen besteht, lässt es sich durch die Kraft des Magnetismus beeinflussen. Des Rätsels Lösung ist es, das Plasma in einer Art Magnetkäfig einzuschließen, damit es keine Chance hat, an die Reaktorwand zu gelangen. Damit wird der Wasserstoff gewissermaßen zur Fusion gezwungen. Ihr seht schon, es ist demnach äußerst wichtig, dass die Teilchen des Plasmas nicht aus dem Magnetfeld entkommen. Dies gelingt zum einen nur bei sogenannten ringförmigen Plasmen. Zum anderen muss die Wärme des Plasmas gut isoliert werden, damit es nicht sofort abkühlt. Schauen wir uns an, wie die Ingenieure von ITER diese Fusion zustande bringen. Bei ITER sollen in einer Brennkammer 800 Kubikmeter brennendes Plasma eine Leistung von 500 Megawatt erzeugen. Zum Vergleich, typische Kohlekraftwerke erreichen Leistungen zwischen 100 und 1000 Megawatt, erzeugen dabei aber Unmengen an Treibhausgasen, die es aufgrund des sehr sensiblen Klimas unseres Planeten aber zu vermeiden gilt. Doch um das Plasma im Inneren von ITER auf eine hohe Temperatur zu bringen, braucht es selbstverständlich auch viel Energie. Das Ziel eines Fusionskraftwerks oder eines Fusionsantriebs sollte es da selbstverständlich sein, mehr Energie zu produzieren, als für die Kernfusion selbst investiert wird. Wenn man in der Theorie nur einen Gramm Brennstoff im Inneren der Fusionskammer aufbraucht, erhält man das Äquivalent des Verbrennens von 11 Tonnen Kohle. Ein Fusionsantrieb würde also sehr effizient sein, wenn er nach den Prinzipien von ITER funktionieren würde. In ITER sollen bei 100 Millionen Grad Celsius die zwei Wasserstoffisotope Deuterium und Tritium miteinander verschmolzen werden. Diese beiden fusionieren und es entsteht ein Heliumkern und ein Neutron. 80% der Fusionsenergie stecken in den entstehenden Neutronen. Sie sind nicht geladen und rasen durch den Magnetfeldkäfig hindurch. Sie werden allerdings von einer Wand abgebremst und geben ihre Energie an diese ab. Die Wand erwärmt sich und wie bei einem Kohlekraftwerk kann aus dieser Wärme Energie gewonnen werden. So wäre es möglich, durch diese erzeugte Wärme nicht nur in einem Fusionskraftwerk wie ITER, sondern auch in einem Raumschiff Energie zu erzeugen. Es gibt da zum Beispiel das Projekt Wasimir der NASA, was man im Deutschen als Magnetoplasma-Dynamischer Antrieb kennt. Im Allgemeinen besteht dieser Antrieb aus zwei Elektroden. Einer trichterförmigen Anode, einem Minuspol, in der Mitte eine stabförmige Kathode, also ein Pluspol, angebracht ist. Wird in den beiden Elektroden eine Spannung angelegt, ionisiert sich die im Trichter befindende Stützmasse und erlaubt einen Stromfluss durch das Gas zur Kathode. Dabei wird ein starkes Magnetfeld erzeugt. Das Plasma wird stark ionisiert und in Richtung des Düsenausgangs beschleunigt. Durch den dabei wirkenden Impuls entsteht eine Schubkraft. Zwar kommt dieser Antrieb in der Theorie auch ohne Fusion aus. Doch wäre es möglich, dass man der Anode und Kathode in einer Kammer durch die in einer anderen Kammer stattfindende Fusion Energie erzeugt? Diese könnte über einen sehr langen Zeitraum erfolgen, da wir, wie wir gesehen haben, nur wenige Gramm Wasserstoff benötigen, um die Brennwirkung von 11 Tonnen Kohle zu erzielen. Man könnte es sogar noch direkter machen. Anstelle zweier Kammern könnte man auch nur eine einzige ringförmige Fusionskammer benutzen. In der die bei der Fusion erreichte Hitze nicht nur dazu benutzt wird, den Fusionsvorgang selbst aufrecht zu erhalten und der Fusionsreaktion Energie zuzuführen, sondern auch um die Ringkammer befindliches Gas erhitzt und eine Elektrode Energie zuführt, welches dann das Gas um die Fusionskammer herum mittels magnetischer Kräfte ausstößt. Auch dies könnte zu einem sehr langen spezifischen Impuls führen und die Reisezeiten zwischen den Planeten erheblich verkürzen. Mittels eines Fusionsantriebs sollte es möglich sein, innerhalb weniger Wochen oder einiger Monate zum Mars zu kommen und vielleicht sogar weniger als ein halbes Jahr für eine Reise zum Asteroidengürtel oder gar dem Jupiter zu benötigen. Magnetoplasmadynamische Antriebe werden zum Teil schon in Raumstationen angesetzt. Doch ihre Kombination mit Fusionsenergie ist noch nicht möglich. Dazu müsste man überhaupt erst einmal Fusionsantriebe, geschweige denn Fusionskraftwerke, zur Funktion bringen, die Fusionsreaktionen stabil ablaufen lassen und überhaupt einen Nettogewinn an Energie verzeichnen. Doch bis dahin ist es noch ein sehr weiter Weg. In den 1960ern gab es die ersten erfolgreichen Fusionsreaktionen in den Tokamak-Reaktoren, deren Energieausbeute jedoch sehr mager war. Wir sind mittlerweile bei ITER angelangt, dem aktuell wohl größten Fusionsforschungsprojekt auf der Welt. Es benötigte jedoch noch mehr Anstrengung, diese Mammutaufgabe der Menschheit zu lösen. Denn Fusionsenergie könnte, sofern sie erfolgreich durchgeführt wird, nahezu alle Energieprobleme dieser Welt lösen und für eine Revolution in der Raumfahrt sorgen. Mit einem Fusionsreaktor ausgestattet, könnte ein Raumschiff schon deutlich schneller sein als beispielsweise die Parker Solar Probe. Interplanetare Ziele könnten sehr schnell angesteuert werden. Statt den Mars innerhalb eines Jahres zu erreichen, könnte man mit Fusionstriebwerken bis auf 300 km pro Sekunde auf dieser Strecke beschleunigen. Theoretisch gibt es kein Limit, auf welche Geschwindigkeit eine von Fusion angetriebene Rakete gebracht werden könnte. In der Science-Fiction-Buchreihe Die drei Sonnen ist von einigen Prozent der Lichtgeschwindigkeit der Rede. Sagen wir, dass eine Rakete auf diese Weise ca. 5% der Lichtgeschwindigkeit erreichen könnte. Innerhalb von 20 Jahren könnten wir also ca. ein Lichtjahr zurückklingen. Das ist schon deutlich schneller als beispielsweise mit der Parker Solar Probe. Doch welcher Mensch würde sich derart lange in einem Raumschiff aufhalten wollen? Selbst Proxima Centauri und seinem erdähnlichen Planeten in ca. 4 Lichtjahren Entfernung wären wir immer noch ca. 80 Jahre unterwegs. Das ist ein ganzes Menschenleben. Wir müssten demnach selbst mit Fusionsantrieben schon Generationen Raumschiff haben, die wegen ihrer Größe und hohen Masse, die man für viele Menschen benötigen würde, vielleicht nicht auf diese Geschwindigkeit gebracht werden könnten. Und dann ist da noch die Frage nach der Unternehmung. Wer möchte schon auf eine Reise geschickt werden, wissend, dass er auf dieser mit Sicherheit umkommen wird. Wir sehen, dass wir mit dem Fusionsantrieb nicht sehr weit kommen. Die Sterne sind damit zwar näher an uns herangerückt als mit herkömmlichen Antrieben, doch bringt er für die interstellare Reise anscheinend nicht sehr viel. Im Folgenden widmen wir uns deshalb jetzt einer wahrlich abgespaceden Möglichkeit für die Reise zu den Sternen. Dem Warp-Antrieb oder auch Alkypia-Antrieb. Wie sehr diese Technologie nach Science Fiction klingt, werdet ihr im Folgenden erfahren. Viele von euch werden sich wahrscheinlich in folgender Aussage wiedererkennen. Einer der ersten Berührungspunkte mit dem Weltall war für mich die Serie Star Trek The Next Generation. Die Abenteuer von Captain Picard, des Raumschiffs Enterprises und seiner Crew haben sich mir tief ins Hirn gebrannt. Neben dem Beamen als wohl bekanntestes fantastisches Element ist eine bestimmte andere Technologie der Serie in die Popkultur eingedrungen wie keine andere vor oder nach ihr. Der Warp-Antrieb. Mit diesem reist die Enterprise beliebig zwischen den Sternen hin und her. In unterschiedlicher Geschwindigkeit von Warp 1 bis zu Warp 9 oder 9.9 kann das Raumschiff auf diese Weise in nur ein paar Tagen zu verschiedenen Zielen in der Milchstraße reisen. Doch wollen wir den Warp-Antrieb nicht einfach so hinnehmen und uns ein bisschen näher mit seiner Machbarkeit auseinandersetzen. Die Gedanken an eine Fortbewegungsmöglichkeit zwischen den Sternen ist sehr verlockend und wenn diese mit einer noch geringeren Reisedauer daherkommt, würden die vielen Nachteile des im Vergleich dazu langsamen Fusionsantriebs wegfallen. So sparsam dieser mit seinem geringen Treibstoffaufwand auch ist. In Star Trek und Co. werden zwar einige technologische Details dieses Antriebs genannt, doch nichts Konkretes in Bezug auf die Theorie oder wie es plausibel funktionieren kann. Und als Antrieb können wir ihn nur im klassischen Sinne bezeichnen. Warum, das erfahrt ihr, wenn wir uns jetzt mit der Idee des theoretischen Physikers Miguel Alcupia auseinandersetzen. Der mexikanische Physiker überlegte sich 1994 eine Antriebsmethode, die unter Berücksichtigung der Naturgesetze das Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit möglich machen würde. Ein Problem musste der Wissenschaftler jedoch umgehen. Die Relativitätstheorie Einsteins verbietet Materie, schneller als das Licht zu reisen. Die Lichtgeschwindigkeit ist die höchste Geschwindigkeit, die das Universum zu bieten hat. Das hat mit folgender Eigenschaft des Universums zu tun. Je schneller eine Masse sich fortbewegt, desto mehr Energie benötigt sie für ihre Beschleunigung. Wenn wir eine Rakete von 0 auf 15 km pro Sekunde beschleunigen, brauchen wir dafür weniger Energie als für eine Beschleunigung von 15 auf 30 km pro Sekunde. Nähern wir uns höheren Geschwindigkeiten an, brauchen wir immer größere Energiemengen. Für das Erreichen der Lichtgeschwindigkeit bräuchten wir dabei mit einem Raumschiff gar mehr Energie als das Universum zu bieten hat. Wir sehen, dass das Reisen mit Lichtgeschwindigkeit wohl immer ein unerreichbarer Traum sein wird. Dem Raum selbst jedoch ist es nach unseren eigenen Observationen durchaus möglich, sich der Lichtgeschwindigkeit anzunähern und sogar darüber hinaus zu gehen. Das passiert sogar jeden Tag, vermutlich auch mit unserem Teil des Universums, in dem sich das Sonnensystem befindet. Das hat mit der beschleunigten Ausdehnung des Kosmos zu tun. In Kurzform, je weiter die Galaxien oder andere Himmelsobjekte von uns entfernt sind, desto schneller entfernen sie sich von uns. Eine Galaxie in 100 Millionen Lichtjahren Entfernung entfernt sich demnach langsamer von uns als eine Galaxie in einer Milliarde Lichtjahre Distanz. Wenn wir diese Eigenschaft des Raumes auf sein Alter von 13,7 Milliarden Jahre übertragen, muss es den meisten Astronomen zufolge Bereiche des Weltalls geben, die sich schneller als das Licht von uns wegbewegen. Diese werden wir nie beobachten können, denn die Signalübertragung mit Lichtgeschwindigkeit lässt es nicht zu, dass uns Licht oder andere Strahlung aus diesen Bereichen des Weltalls jemals erreichen werden. Astronomen teilen das Universum deshalb in beobachtbar und nicht beobachtbar ein. Das observierbare Universum hat einen Durchmesser von ca. 94 Milliarden Lichtjahre, das unbeobachtbare Universum einen Durchmesser von ca. 23 Billionen Lichtjahre. Zeit, Raum und Gravitation sind also skalierbare Einheiten, nur die Lichtgeschwindigkeit ist endlich. Um diese Limitierung zu umgehen, hat sich Alcubier folgendes überlegt. Man müsste um ein Raumschiff herum eine Art Raumblase erzeugen. Vor dieser Blase, also quasi in Flugrichtung, wird der Raum dann so stark verkrümmt, dass er sich zusammenzieht. Hinter dem Raumschiff dehnt der Raum sich dann wieder aus. Das Raumschiff schiebt also seine eigene Raumblase durchs Weltall, ohne Ort und Stelle verlassen zu müssen. Damit könnten laut Alcubier Geschwindigkeiten erreichbar sein, die deutlich über der Lichtgeschwindigkeit liegen. Das sähe dann tatsächlich aus wie bei Star Trek oder anderen beliebigen Science Fiction Serien. Stellen wir uns vor, wir würden uns an Bord eines zum Warpantrieb fähigen Raumschiffs befinden. Vor uns sehen wir einen wunderschönen Nebel mit vielen Sternen. Diese fliegen zwar unrealistisch schnell an uns vorbei, doch sind wir ja im Bereich des Sci-Fi und wollen uns nicht näher darum kümmern. Wir schalten den Alcubier Antrieb ein oder den Warp Antrieb und unser Sichtfeld nach vorne verwischt und beschleunigen alles um uns herumliegende. Der interstellare Nebel verschwindet vor unseren Augen. Die lichtimitierenden Elemente des Bildes werden zu immer längeren Streifen gezogen. Wir sind jetzt in unserem eigenen Raumabschnitt, in einer sogenannten Warp-Blase. Alles um uns herum zieht mit Überlicht Geschwindigkeit an uns vorbei. Doch halt, normalerweise wäre die Reise nicht so hübsch wie gerade dargestellt. Die Crew eines Raumchefs würde während des Flugs nicht beobachten können, wohin die Reise geht. Die Warp-Blase selbst ist für jegliche Art von Strahlung undurchlässig und bildet eine undurchdringliche Barriere. Dementsprechend könnten die Raumfahrer in der Blase auch nicht mit der Außenwelt kommunizieren und wären folglich komplett auf sich alleine gestellt. Stellt euch das mal als Beobachter vor. Ihr trinkt in einer gemütlichen Space Cafeteria euren von Kepler 1649 importierten und viel zu tollen Cappuccino und schaut aus dem Fenster der Station. Ihr seht einen wunderschönen Planeten und überblickt fast seine gesamte Oberfläche, die von Wasser bedeckt ist, genügend Sonnenlicht von ihrem Sterne hält und sogar mehrzelliges Leben beherbergt. Plötzlich beginnt der Raum zu wabern und ein Raumschiff erscheint aus dem Nichts. Hier ist zwar gerade zu sehen, wie das Raumschiff herausprescht, als wäre es geflogen. Doch das Raumschiff, das ihr hier gerade seht, würde an Ort und Stelle stehen und ist sprichwörtlich aus dem Nichts erschienen. Das muss die Erfahrung eines Beobachters sein, der ein aus einer Warp-Blase auftauchendes Raumschiff sieht. Doch begegnen wir bei diesem sehr komplexen Konzept wenig überraschend auch einigen Problemen. Der Alkyopia-Antrieb ist zwar theoretisch machbar, doch brauchen wir für seine Umsetzung sogenannte negative Energie. Diese ist in der Teilchenphysik ein sehr weit gefasster Begriff und bezieht sich unter anderem auf Materie, die nicht aus Elektronen, Protonen und Neutronen aufgebaut ist. Dabei reden wir jedoch nicht von Antimaterie, sondern von sogenannter exotischer Materie negativer Energie. Da weder solche Teilchen beobachtet noch eine solche Energie jemals nachgewiesen wurde, können wir davon ausgehen, dass Physiker vielleicht erst in einigen Jahrhunderten, wenn überhaupt, diese entdecken werden. Eine andere Möglichkeit, zumindest das Raumschiff mit Überlichtgeschwindigkeit zu bewegen, wäre eine Singularität im Raumschiffinneren zu erschaffen, also ein schwarzes Loch. Diese Singularität würde das Gefährt von der Raumzeit vollständig abnabeln und könnte sich mit hoher Geschwindigkeit voran bewegen, indem es ähnlich wie die exotische Materie Raum von vorne nach hinten schiebt. Dadurch allerdings Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit möglich wären, ist eine andere Frage. Die Schwerkraft eines schwarzen Lochs beschleunigt Materie in seinen Akkretionsscheiben nur bis auf einen großen Teil der Lichtgeschwindigkeit. Inwiefern das für ein Raumschiff möglich wäre, dass sich in einer durchs schwarze Loch generierten Raumblase befindet und ob es überhaupt eine Raumblase generieren könnte, ist fraglich. Hinzu kommen dann noch theoretische Probleme wie die Frage nach der Aktivierung des schwarzen Lochs. Wie kann man die Effekte des Lochs an- und ausschalten? Man will sich hier als Raumschiff-Crew nicht die ganze Zeit in einer Raumblase aufhalten. Und noch viel grundlegender. Wie und wo bewahren wir das schwarze Loch auf? Können Lebewesen überhaupt irgendwie mit den ungeheuren Gravitationskräften des schwarzen Lochs umgehen? Ein schwarzes Loch kann man nicht einfach irgendwo einschließen, denn es würde jegliche Materie sofort verschlingen. Es würde quasi augenblicklich zur Katastrophe auf dem entsprechenden Raumschiff kommen. Man müsste also dafür sorgen, dass das schwarze Loch keine Materie erreichen kann, um vor aus der Materieaggression hervorgerufenen Strahlung und den zerstörerischen Kräften der Gravitation nicht umgebracht zu werden. Und, und überhaupt die entscheidende Frage, wie kreieren wir eigentlich ein schwarzes Loch für unser Raumschiff? Bekanntlich sind diese Objekte unendlich dicht, noch dichter als Neutronensterne. Die Menge an Material, die man selbst in die Erschaffung eines nur wenige Nanometer kleinen schwarzen Lochs stecken müsste, ist ungeheuerlich riesig. Selbst wenn wir den Mount Everest in ein schwarzes Loch umwandeln würden, würde das daraus resultierende Ergebnis nur ein Zehntel des Durchmasses eines Wasserstoffatoms betragen. Wie auch immer wir das Raumschiff mit einem Alkybier-Antrieb bewegen würden, es wären ungeheure Energien vonnöten. Nur um ein Raumschiff, egal ob jetzt, mit negativer Energie oder mit einem schwarzen Loch durch die Milchstraße zu bewegen, wäre das Energie-Equivalent von ungefähr 10 hoch 64 Kilogramm notwendig. Das ist eine Vielzahl von Magnituden höher als die Masse im beobachtbaren Universum. Die Energie für mehrere solche Antriebe, für eine ganze Armada von Raumschiffen, wie in Star Trek, können wir uns also unmöglich vorstellen, geschwäge denn für uns nutzbar machen. Um jemals einen Warp-Antrieb nutzen zu können, müssten wir demnach eine Energiequelle entdecken, die uns entweder genügend Energie liefert oder eine weniger energieintensive technologische Möglichkeit bietet, einen Warp-Antrieb zu erbauen. Warp-Antriebe dürften also erst einmal im Land der Science-Fiction wohnhaft sein. Doch nun gehen wir über zu einer weiteren, spannenden Möglichkeit, zu den Sternen zu reisen. Moritz von Senkrechtstaat präsentiert euch das Photonensegel. Moin, ich bin der Mo und eigentlich geht's auf meinem Kanal Senkrechtstarter überwiegend um konventionelle Raketen. Deren Technik kommt aber bei interstellaren Reisen schnell an ihre Grenzen oder erfordert Reisezeiten, mit denen sich nicht einmal unsere nächstgelegenen Sterne in einem Menschenleben erreichen lassen. Eine Lösung könnten lasergestützte Photonensegel sein. Die meisten Science-Fiction-Fans kennen sie Sonnensegel, aber natürlich funktionieren die auch bei jedem anderen Stern und nicht nur bei unserer Sonne. Fun fact, Kometen haben durch diesen Effekt immer einen Schweif, der durch den Strahlendruck wie ein Windfähnchen von der Sonne weg zeigt, egal in welche Richtung der Komet sich bewegt. Eigentlich ist der Name Photonensegel ja besser als Sonnensegel. Der Vorteil des Photonensegelantriebs besteht darin, dass das Fahrzeug weder die Energiequelle noch die Reaktionsmasse für den Antrieb mit sich führen muss. Diese Masse muss dann nicht extra beschleunigt werden, was das Erreichen von sehr hohen Geschwindigkeiten sonst beliebig schwierig oder gar unmöglich macht. Das ist ein unglaublicher Vorteil gegenüber konventionellen Raketen oder allen Antriebsarten, die Masse zur Energieerzeugung oder zum Auswerfen mitführen müssen. Um den im Vergleich zu konventionellen Antriebsarten sehr geringen Strahlendruck in praktikablen Größenordnungen zu nutzen, bedarf es dann eines möglichst großen, aber gleichzeitig möglichst leichten Photonsegels. Das ist, wenn möglich, nur wenige Atomschichten dick und gleichzeitig so reflektiv, dass so viele Photonen wie möglich wieder reflektiert werden. Und wenn wir für diese Antriebsart jetzt anstatt eines Sterns eine künstliche Lichtquelle und zwar einen Laser nehmen, oder? Fertig ist unser lasergestütztes Photonensegel. Und wie jede gute Science Fiction ist die Technologie vielleicht kurz vor dem Durchbruch. 2016 wurde unter anderem von Stephen Hawking und Mark Zuckerberg das Breakthrough Starshot Projekt initiiert. Ziel ist die Entwicklung von einer Flotte von interstellaren Lichtsegelsonden, die in der Lage sein sollen, die Reise zum 4,37 Lichtjahre entfernten Sternensystem Alpha Centauri anzutreten. Diese Lichtsegelsonden sind weit weg von der Größe von Generationenraumschippen, an die man vielleicht sonst bei interstellaren Reisen denkt. Das Lichtsegel jeder Sonder soll zwar einige Meter groß sein, die eigentliche Sonder selbst besteht aber nur aus einem winzigen Mikroschip. Diese sogenannten Starchips, ich weiß, cooler Name, enthalten dann jeweils den Steuercomputer, eine Energiequelle, Sender und Empfänger und vermutlich eine Kamera. Angetrieben werden soll es mit einem starken Laserstrahl, der das Photonensegel 10 Minuten lang über eine Strecke von mehreren Millionen Kilometern bestrahlt, was die Starchips auf 5 bis 20 Prozent der Lichtgeschwindigkeit beschleunigen soll. Dass das Ganze theoretisch funktionieren könnte, das zeigt auch die NASA Alpha Centauri Mission 2069. Hier wurde eine Mission vorgeschlagen, die 2069 zum 100. Jahrestag der Apollo 11 Landung mit der gleichen Technik eine interstellare Sonde zu Alpha Centauri schickt. Mit 10 Prozent der Lichtgeschwindigkeit würde die Sonne dann nach 44 Jahren, also im Jahr 2113, Alpha Centauri erreichen. Nach weiteren 4,37 Jahren könnte uns dann von dort Signale dieser Sonde erreichen. Je nachdem, wie visionär dein Geist ist, ja, empfindest du dieses Projekt vielleicht mehr oder weniger als sinnvoll. Wenn man bedenkt, was für eine Inspiration die Voyager-Sonden, die ja nach 45 Jahren gerade erst das Sonnensystem verlassen, für Generationen von Wissenschaftlern waren und was das über die Menschheit als Ganzes aussagt, sich solchen Projekten zu stellen, ja, das kann man meiner Meinung nach gar nicht hoch genug hängen. Die lasergestützten Photonensegel sind aber tatsächlich nicht die einzige Antriebsform, die einen Laser nutzen. Wenn dich das Thema mehr interessiert, findest du auf senkrecht starte die passende Technik-Episode. Ich würde sagen, immer schön senkrecht bleiben. Euer Mo. Im sehr empfehlenswerten Videospiel Everspace ist es die Aufgabe des Spielers, ein Raumschiff in verschiedenen Arealen des Weltraums aufzurüsten. Der Spieler hat dazu verschiedene Optionen. Er muss die Hülle des Schiffs, die Schilde, Primär- und Sekundärwaffen und eine Reihe verschiedener Extras ins Schiff aufbauen und kann es über die Zeit hinweg zu einem sehr gefährlichen Gefährt aufrüsten, das allen Gefahren im Weltraum gewachsen ist. Als eine Option für eine Primärwaffe hat der Spieler eine sogenannte Gauss-Kanone oder ein Gauss-Gewehr zur Auswahl. Diese funktionieren nach den Prinzipien des Elektromagnetismus. Auch in der Sci-Fi-Serie The Expans oder Stargate kommen Railguns vor, eine andere Variante von Waffen, die sich den Elektromagnetismus zu nutzen machen. Als einer der ersten Filme zeigte das Werk Eraser mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle Railguns als Waffen für die Infanterie. Die hinter einer Railgun stehende Technologie ist jedoch schon sehr alt und geht auf die Entdeckung eines Wissenschaftlers am Anfang des 19. Jahrhunderts zurück. Zumindest das Gauss-Gewehr ist benannt nach dem Prinzeps Mathematicorum, dem Fürst der Mathematiker Johann Karl Friedrich Gauss. Er war ein Universalgelehrter, der auf dem Feld der Naturwissenschaften sehr große Erfolge erzielte und als Experte in der Mathematik, Statistik, Astronomie, Geologie, Elektrotechnik und der Physik galt. Seine Arbeiten und Beiträge zu den verschiedenen Feldern werden heute noch in Schulen und Universitäten gelehrt und gelten als die Grundlage für einen Großteil der modernen Naturwissenschaft. Unter anderem machte sich Gauss auch auf dem Feld des Magnetismus einen Namen. Zusammen mit dem deutschen Physiker Wilhelm Eduard Weber erfand er eine elektromagnetische Telegrafenanlage, die Webers Sternwarte mit dem Physikalischen Institut über eine Entfernung von 1100 Metern verband. Für seine Arbeit in der Elektrotechnik und dem Magnetismus wurde die Einheit der magnetischen Flussdichte anfänglich nach ihm benannt, die heutzutage in der Astronomie zum Teil noch verwendet wird. Um Verwirrungen vorzubeugen, verwende ich jedoch lieber Tesla zur Angabe der magnetischen Feldstärke bzw. Flussdichte. Neben der magnetischen Flussdichte spielt noch die magnetische Feldstärke eine Rolle. Wir wollen hier nicht zu sehr ins Detail gehen. Beide kann man grob als einen Indikator für die Stärke eines Magnetfeldes bezeichnen. Dieses kann man übrigens sehr gut als sogenannte Feldlinien darstellen. Ein Magnet hat immer zwei Pole. Ein Magnetfeld fließt vom nördlichen Pol immer zum südlichen Pol und zwar über dessen Außenraum. Mit den Feldlinien dargestellt sieht es dann immer so aus, als würde man einen großen Ballon über den Magneten aufspannen. Eine Feldlinie beginnt interessanterweise beim Nordpol, verläuft äußerlich bis zum Südpol, wo sie dann im Inneren des Magneten zum Nordpol wandern. Große Himmelskörper wie Erde besitzen ebenfalls ein Magnetfeld. Das hat damit zu tun, dass in ihrem Inneren ein großer Ball aus flüssigem Eisen rotiert und durch eine Art Dynamo-Effekt ein Magnetfeld aufgebaut wird. Interessanterweise befindet sich dabei der geografische Nordpol der Erde am magnetischen Südpol. Die magnetischen Feldlinien des durch den Erdkern hervorgerufenen Magnetfeldes verlaufen quasi, wenn wir die Erde auf der Ekliptik ausgerichtet betrachten, von unten nach oben. Wir dürfen also nicht den magnetischen Nordpol mit dem geografischen Südpol oder den magnetischen Südpol mit dem geografischen Nordpol verwechseln. Das Erdmagnetfeld besitzt eine Stärke von ca. 25 bis zu 65 Mikrotesla. Das klingt jetzt erstmal nach wenig. Reicht jedoch aus, um das Leben auf dem Planeten vor der gefährlichen Strahlung der Sonne, der kosmischen Strahlung und den Sonnenwinden weitestgehend abzuschirmen. Andere Himmelskörper mit rotierendem Inneren besitzen auch ein Magnetfeld. Das Magnetfeld des Jupiters ist etwa 20 mal stärker als das der Erde, das der Sonne jedoch nur 2 mal so stark wie das unseres Planeten, jedoch verteilt auf eine viel größere Fläche. Extreme Objekte wie Neutronensterne besitzen dagegen ungeheuerlich starke Magnetfelder. Sie reichen von 10.000 bis zu 11 Milliarden Tesla. Würde man beispielsweise einen Neutronenstern in der Entfernung des Mondes zur Erde platzieren, wäre sein Magnetfeld so stark, dass es noch die auf einer Kreditkarte oder Festplatte gespeicherten Informationen löschen könnte. Nur mit einer starken Isolierung könnte man diese vor diesem ungeheurigen Magnetfeld überhaupt schützen. Doch wie soll uns das Wissen um Magnetfelder helfen, zu den Sternen zu gelangen? Nun, das Prinzip des Elektromagnetismus könnte man sich theoretisch nutzbar machen zur Beschleunigung von Objekten oder gegebenenfalls eines Raumschiffes. Es gibt schon seit einiger Zeit sogenannte Railguns, von denen wir ja ganz kurz am Anfang dieses Kapitels geredet haben. Dabei handelt es sich um eine Waffe, die Stahlgeschosse entlang eines stromführenden Schlittens beschleunigt. Die Beschleunigung der Projektile entsteht durch das Magnetfeld, das vom Stromfluss erzeugt wird. So erreichte man bei konventionellen Waffen bereits eine Austrittsgeschwindigkeit des Stahlgeschosses von zwei Kilometern pro Sekunde. Innerhalb einer Railgun wechselwirkt der durch die Schienen geführte Strom mit dem Geschoss elektromagnetisch. Konkret wird dabei auf der Schiene durch die zwei Flussrichtung des Stromes ein Magnetfeld erzeugt, mit dem das Projektil beschleunigt wird. Die entgegengesetzten Schienenströme verursachen ein senkrecht zum Schienenverlauf wirkendes Magnetfeld, welches das Projektil auf der Schiene vor sich her schiebt oder besser gesagt beschleunigt. Auf unser Thema der Reise zu den Sternen übertragen, könnte man sich dieses Prinzip folgendermaßen nutzbar machen. Gigantische Beschleuniger stehen am Lacroche-Punkt eines Planeten oder an anderen Gravitativ günstigen Positionen im Sonnensystem zur Verfügung. Diese sind ggf. mehrere Kilometer lang und ähneln einer Kanone. Diese ist jedoch nicht von allen Seiten zu, wie wir das jetzt bei anderen Railguns in diesem Video gesehen haben und eher aus Ringen aufgebaut, was den Materialverbrauch etwas verringert. Ein Raumschiff parkt am anfänglichen Ring in seiner Ausgangsposition. Irgendwo bei den Ringen befinden sich die Schienen. Nun wird ein elektrischer Strom durch die Ringe bzw. durch die Schiene geführt, erzeugt ein Magnetfeld und beschleunigt das Raumschiff auf hohe Geschwindigkeiten. Die Länge einer solchen Kanone sollte mehrere Dutzende, vielleicht sogar Hunderte von Kilometern betragen, um das Raumschiff entsprechend beschleunigen zu können. Dabei erreichten Geschwindigkeiten dürften mehrere Hunderte, vielleicht sogar einige Tausende Kilometer pro Sekunde betragen. Alternativ könnte auf den Einsatz einer Schiene verzichtet und stattdessen eine Reihe von Spulen verwendet werden. Hier wäre das Raumschiff nicht auf einer Schiene, sondern würde frei durch die auf viele hunderte Kilometer eingerichteten Spulen beschleunigen. Diese Spulen würden nach und nach ein Magnetfeld erschaffen. Die erste Spule beginnt mit der Errichtung eines Magnetfeldes durch elektrischen Fluss, dann die zweite, dritte und so weiter, immer wenn das Raumschiff dorthin gelangt. Dadurch wird das Raumschiff nach und nach auf sehr hohe Geschwindigkeiten beschleunigt. Dieses Prinzip ist das eines Gaussgewehrs oder einer Gausskanone. Diese unterscheidet sich nur marginal von einer Railgun dadurch, dass sie keine Schiene besitzt. Es gibt jedoch einen gewaltigen Haken, der eine solche Konstruktion sehr kompliziert macht. Die bei einer Railgun oder einer Gausskanone auftretenden Beschleunigungskräfte sind abnormal hoch. Bereits nach einigen Sekunden dürfte das Raumschiff unter Einsatz eines starken Magnetfeldes auf mehrere Kilometer pro Sekunde beschleunigt werden. Die dabei auftretenden Beschleunigungskräfte könnten von keinem Lebewesen der Erde ausgehalten werden und würden jeden zu breit verdrücken. Ganz zu schweigen vom Material des Raumschiffs, welches extrem widerstandsfähig sein müsste. Hier könnten schnell essentielle Systeme an Bord eines Schiffs kaputt gehen und die interstellare Mission wäre zu Ende, bevor man überhaupt den Startbereich der Railgun bzw. der Gausskanone verlassen hätte. Eine Lösung dafür wäre der Einsatz unterschiedlich starker Magnetfelder. Die ersten Spulen einer Gausskanone bzw. die ersten Kilometer einer Railgun-Schiene würden weniger starke Magnetfelder erschaffen. Um das Raumschiff immer stärker zu beschleunigen, könnten Ingenieure mit fortlaufendem Weg immer stärkere Magnetfelder erzeugen. Das würde sowohl Material als auch Insassen kaum strapazieren und alle könnten überleben bzw. das Raumschiff würde nicht auseinanderbrechen. Doch müssten die Railguns auf diese Weise sehr lange sein. Um ein Raumschiff schnell genug für die Sterne zu machen, müsste man eine Railgun oder eine Gausskanone vielleicht auf 10 oder sogar Hunderttausende Kilometer bauen. Der dafür notwendige Materialaufwand wäre ungeheuerlich und vielleicht so hoch wie alle auf der Erde gebauten Gebäude mehrfach zusammengenommen. Zum Vergleich, der Planet Jupiter besitzt einen Durchmesser von über 100.000 Kilometer. Wir müssten also ein Konstrukt bauen, das länger wäre als der Jupiter breit ist. Das größte Problem jedoch ist die Menge der bei beiden Varianten erforderlichen Energie. Schon mit Railguns in der Waffentechnologie werden kurzfristig Energien von mehreren Megawatt bis ca. 1 Gigawatt benötigt. Bislang wurden Kondensatoren verwendet, was solche Waffen sehr schwer macht, sodass diese noch mindestens genauso schwer oder schwerer sind als konventionelle Waffen. Die auftretenden Energiemengen zur Beschleunigung eines Raumschiffs wären da im wahrsten Sinne des Wortes astronomisch hoch. Man bräuchte Energiespeicher und Energiezufuhr für viele Tausende, Zehntausende und gegebenenfalls Hunderttausende Kilometer der Railgun bzw. Spulen. Der Schwierigkeitsfaktor liegt also darin, immer größere Energiemengen für immer mehr Beschleunigung zur Verfügung zu stellen. Wie diese Energie im Weltall zur Verfügung stehen würde, steht noch in den Sternen. Man könnte sich hier vorstellen, eine hohe Anzahl sehr effizient arbeitender und viel Sonnenenergie sammelnder Solarkollektoren um den Ring einer Railgun bzw. die Spule einer Gausskanone herum zu platzieren. Dafür müsste ein Railgun jedoch eher in der Nähe der Sonne sein, damit man die Energie dieser effizienter nützen könnte, jedoch nicht zu nah, um den durch die Hitze und die Sonnenwinde unseres Zentralgestinns hervorgerufenen Materialverschleiß nicht übermäßig hoch ausfallen zu lassen. Man könnte auf diese Weise eine Railgun z.B. zwischen Sonne und Merkur positionieren. Die Technologie für die Energiezufuhr steht uns bestenfalls in theoretischer Form zur Verfügung und spielt bislang nur in Science-Fiction-Werken eine Rolle. Sogenannte Dyson-Sphären könnten die Energie eines Sterns in großem Stil ernten und der Railgun in der Nähe der Sonne zur Verfügung stellen. Hier hätte man im Prinzip für die nächsten Milliarden Jahre Energie im Überfluss zur Verfügung. Positionieren wir die Railgun oder Gauss-Kanone jedoch in der Nähe der Sonne, erwächst eine weitere Schwierigkeit. Die unterschiedlichen Positionen der Segmente oder die Länge der Railgun bzw. Gauss-Kanone in einem Sternensystem. Je nach Reiseziel müsste man die Segmente der Railgun unterschiedlich ausrichten, da sich die Sterne der Milchstraße zwar auf einer Ebene in ihrer Scheibe befinden, aber hier sehr unterschiedliche Positionen einnehmen. Die Dicke der Scheibe beträgt einige tausende Lichtjahre allein in unserem Abschnitt der Milchstraße, sodass wir auf die Ekliptik des Sonnensystems dieses vielleicht vertikal oder in einem anderen steilen Winkel verlassen müssten. Eine Railgun müsste demnach in verschiedenen Richtungen ausgerichtet werden können, falls wir zu verschiedenen Sternen reisen wollen. Daraus ergibt sich auch, dass die Segmente der Railgun von der Gravitation der Sonne unterschiedlich stark angezogen würden, da sie sich an unterschiedlichen Positionen in Relation zu unserem Zentralgestern befinden. Für eine zuverlässige Beschleunigung müssten diese mehr oder weniger eine gerade Linie bilden. Man müsste die Segmente also partout neu ausrichten und sie dürften auch nicht einen Meter von der Ideallinie abdriften. Die für ein solches Manöver notwendige Präzision und alleine die Energie für die Aufrechterhaltung der Positionen, für eventuell tausende von einzelnen Railgun-Ringen oder Gauss-Gewehrspulen in einem dreidimensionalen Raum mit vielen gravitativen Einflussfaktoren wird mit heutigen Sonden nur in Ausnahmefällen erreicht. Schließlich stellt sich auch die Frage nach der Beschleunigung und Bremsung. Wie bremst man ein durch eine Railgun beschleunigtes Raumschiff? Idealerweise befindet sich am Zielort ebenfalls eine Railgun, die jedoch statt der Beschleunigung die Bremsung des Raumschiffs einleitet. Diese dürfte nicht zu stark ausfallen, weil wir dann sonst das entgegensetzte Problem zur Beschleunigung hätten und die Besatzung des Raumschiffs einfach zerdrückt werden würde. Eine solche Vorrichtung hätte jedoch den Vorteil, nicht nur zur Bremsung verwendet werden zu können, sondern auch zur Beschleunigung der Raumschiffe aus dem System heraus, falls es in sein Muttersystem zurückkehren möchte. Eine letzte Herausforderung haben wir aber noch. Könnten Raumschiffe überhaupt schnell genug beschleunigt werden, um andere Sternensysteme in absehbarer Zeit zu erreichen? Oder sehen wir uns hier vor dem gleichen Problem, welches wir auch bei den Fusions-Triebwerken vor uns haben? Wäre die Beschleunigung durch Railguns nicht einfach zu langsam und schlichtweg zu ineffizient? Eine Lösung für diese Ineffizienz wäre, dass man das Raumschiff mit einer initialen Railgun beschleunigen könnte. Ab einer gewissen Geschwindigkeit, vielleicht ab ca. 100 km pro Sekunde, übernimmt das Raumschiff mit seinen Fusionsantrieb und beschleunigt dann vielleicht auf einige Prozent der Lichtgeschwindigkeit. So müsste man keine viele zehntausende Kilometer langen Beschleunigungsringe einer Railgun bauen und das Raumschiff wäre unabhängiger von der Gesamtkonstruktion. Und die Ausrichtung auf den Zielpunkt wird dann vom Raumschiff selbst vorgenommen. Wir haben also neben der erforderlichen Materialmenge auch Probleme mit Energiezufuhr und der Positionierung der Railgun oder Gauss-Gewehr-Elemente im dreidimensionalen Sonnensystem und deren Ausrichtung, wenn man unterschiedliche Sterne ansteuern möchte. Ein Railgun ist demnach ein riesiges und für den heutigen Stand der Technik unmögliches Unterfangen. Abgesehen davon, dass Raumschiffe selbst mit dieser Technologie vermutlich nicht schnell genug wären, um Menschen in kurzer Zeit zu den Sternen zu bringen. Es wären Railguns notwendig, die vielleicht unser gesamtes Sonnensystem durchziehen würden. Doch bevor wir zum Ende kommen, will euch Christian von Video Space News noch den Orion Antrieb vorstellen. Auf geht's mit Atombomben zu den Sternen. Ja, hi zusammen. Mein Name ist Christian vom Kanal Video Space News und ich möchte euch eine der spannendsten Geschichten der Raumfahrt erzählen. 1957, mehr als zehn Jahre vor der ersten Mondlandung im Apollo-Programm und vier Jahre bevor mit Alan Shepard überhaupt der erste Amerikaner ins All geflogen ist, startete eine kleine Gruppe von brillanten Wissenschaftlern in den USA den ernsthaften Versuch, ein 4000 Tonnen Raumschiff zu entwickeln und zu bauen. Angetrieben von Atombomben. Ja, ihr habt richtig gehört, von Atombomben. Und aufgehalten haben das Projekt nicht die technischen Herausforderungen, sondern die Politik. Projekt Orion ist eine der faszinierendsten Was-wäre-wenn-Geschichten der Raumfahrt und gleichzeitig waren wir einem echten interplanetaren oder gar interstellaren Raumschiff nie so nah wie damals. Dabei wirkten die Eckdaten völlig verrückt. Um das 4000 Tonnen Raumschiff zum Mars zu bringen, hätte man 2600 Atombomben zünden müssen. Alleine für den Start des Raumschiffs in eine Erdumlaufbahn von etwa 500 Kilometern Höhe hätte man etwa 800 Nuklearsprengköpfe verschiedener Größen zünden müssen. Und zwar in Abständen von etwa einer halben Sekunde. Hey, was soll da schon schiefgehen? Der Atombombenantrieb wäre um Größenordnungen effizienter gewesen als die besten Raketentriebwerke und mit rund einem Dreißigstel der Lichtgeschwindigkeit schneller als alles, was jemals durchs All geflogen ist. Und so waren die ursprünglichen Pläne groß. 1965 wollte man am Mars sein und 1970 am Saturn. Und wenn ihr jetzt denkt, das klingt ja alles nach Science-Fiction, dann hört mir noch einen Moment zu. Es macht physikalisch tatsächlich Sinn. Versprochen. Das war damals eine Zeit, in der die Begeisterung für alles Nukleare ihren Höhepunkt hatte. Das Atomic Age. Atomkraftwerke würden bald alle Energiesorgen der Menschheit lösen. Man würde Essen bestrahlen, um es haltbarer zu machen. Schiffe, Flugzeuge, Züge und gar Autos würden von Atomreaktoren angetrieben werden. Es gab sogar Experimentierkästen für Kinder mit echten radioaktiven Elementen. Ja, und Atombomben hat man damals hergestellt wie Smarties. Und bei Atombommentests hatte man eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Metallkugeln im Explosionsradius waren deutlich weiter weggeschleudert worden als berechnet und hatten die Explosion deutlich besser überstanden als gedacht. Der Grund? Die Kugeln waren mit Graffit ummantelt, dessen Verdampfen, wie sich herausstellte, zwei Effekte hatte. Zum einen schützte das Material die Metallkugel vor Zerstörung. Zum anderen hatte das heiße Plasma der Kugel einen ordentlichen Stoß verpasst. Die Schlussfolgerung? Warum nutzt man diesen Effekt nicht, um ein Raumschiff anzutreiben? Das Prinzip sah so aus. Man würde Atombomben mit einem Material ummanteln, welches bei der Explosion verdampft und so ein heißes Plasma erzeugen, welches von der Explosion mit extremer Geschwindigkeit gegen eine Prallplatte geschleudert würde. Fortschritte im Design von Atombomben würden sogar eine gerichtete Plasmawelle ermöglichen. An der Prallplatte würde so das Moment der Plasmapartikel auf das Raumschiff übertragen und so das Raumschiff antreiben. Die Prallplatte selbst würde mit einem ablativen Material beschichtet, nicht unähnlich einem Hitzeschild, welches die Prallplatte vor der Explosion schützt. Der Schock des Einschlags einer Plasmawelle, und das ein paar Mal pro Sekunde, würde durch eine Federdämpferkonstruktion zwischen Prallplatte und eigentlichem Raumschiff aufgefangen. Stellt euch ein Federbein eines Autos vor, das ja auch die ständigen Stöße von der Fahrbahn für die Insassen auf ein erträgliches Maß reduziert. In einem Magazin würde das Raumschiff tausende von Nuklearsprengköpfen mitführen, die durch ein Loch in der Prallplatte ein paar Mal pro Sekunde ausgestoßen würden oder alternativ irgendwie von außen um die Prallplatte herumgeschossen würden. Und schon haben wir ein echt großes, echt schnelles Raumschiff. Das Prinzip des sogenannten Puls-Detonation-Antriebs wurde dann auch tatsächlich getestet, wenn auch in kleinem Maßstab und mit konventionellem Sprengstoff. Insgesamt sieben Jahre arbeiteten namhafte Wissenschaftler und Ingenieure wie Freeman Dyson und Ted Taylor an dem Projekt, finanziert von der amerikanischen Regierung mit vielen Millionen Dollar. Und man kam zu dem Schluss, ja, physikalisch ist das machbar, wenn auch in der technischen Umsetzung noch viel zu leisten wäre. Das Ende des Projekts kam dann auch nicht aus der technischen Ecke, sondern aus der Politik. Der Partial Nuclear Test Ban Treaty von 1963 zwischen den Atommächten verbart unter anderem das Testen von Nuklearsprengköpfen in der Atmosphäre und im All. Und aus nachvollziehbaren Gründen war das der amerikanischen Regierung wichtiger als die Fortsetzung von Projekt Orion. Und so bleibt das Konzept leider eine faszinierende Was-wäre-wenn-Geschichte. Doch wer weiß, eines Tages, man wird ja wohl noch träumen dürfen. Ein großer Dank geht übrigens an Nick Stevens Graphics, mit dessen freundlicher Genehmigung ich euch diese Animationen zeigen darf. Den Link zu seinem Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn ihr Lust habt, schaut doch auch mal auf meinem Kanal vorbei. Ich würde mich freuen. Also bis bald. Zu den Sternen zu reisen ist und bleibt ein ewiger Traum der Menschheit. Mit herkömmlichen Methoden bräuchten wir mitunter Millionen von Jahre, um interessante Orte in der Milchstraße zu besuchen. Und selbst mit futuristischen Technologien wie Fusionsantrieb oder Railgun bräuchten wir Jahrhunderte zu den Sternen. Mit dem Warp-Antrieb jedoch haben wir eine Technologie diskutiert, die nach absoluter Zukunftsmusik klingt und von der es fraglich sein wird, ob sie überhaupt jemals von irgendeiner Zivilisation im gesamten Universum eingesetzt wird. Um einmal durch die Milchstraße zu fliegen, bräuchten wir mehr Energie als das gesamte Universum zu bieten hat. Das sind Voraussetzungen, die selbst für die besten der besten Ingenieure unmöglich machbar wären. In dieser Doku haben wir einen Fokus auf die Technologie gesetzt und dabei andere Faktoren außer Acht gelassen, die eine Reise zu den Sternen mit sich bringt. Was ist mit den Auswirkungen auf das Sozialleben einer interstellaren Crew? Wie könnte man Mehrgenerationenraumschiffe designen, um Menschen sicher zu den Sternen zu bringen? Wie müsste man unsere Spezies gegebenenfalls genetisch verändern, um mit den harschen Bedingungen des interstellaren Raums besser klar zu kommen? Das alles sind Aspekte, die wir hier wegen Platzmangels nicht unterbringen konnten und über die sich ein eigenes Video lohnen würde. Was sagt ihr dazu? Hättet ihr Lust auf eine Doku über die Herausforderung einer interstellaren Reise? Neben den in diesem Video genannten Technologien gibt es noch einen ganzen Haufen anderer Möglichkeiten, zu den Sternen zu gelangen. Wir könnten in einer weiteren anderen Doku Wurmlöcher oder Hyperraumbahnen, Antimaterieantriebe oder Vakuumantriebe thematisieren. Ich hätte auf jeden Fall Lust darauf. Ihr auch? Ich danke Tim, der für dieses Video mal wieder hervorragende Arbeit geleistet hat. Ich bin sehr froh, dich an Bord zu haben. An dieser Stelle wünsche ich allen Zuschauern ein schönes Wochenende. Lebt lange und in Frieden. Tschüss! Lebt lange und in Frieden. Tschüss! Lebt lange und in Frieden. Tschüss! Lebt noch auf jeden Fall war's.